Wir sind hier beim TÜV Bayern Sachsen und hier werden berufsmäßig Autos zu Schrott gefahren. Tja, aber nicht zum Spaß. Der TÜV Bayern Sachsen hat im Auftrag von Automotor & Sport einen Ford Mondeo mit 55 kmh versetzt gegen einen Betonblock fahren lassen und dann die wesentlichen Daten ermittelt. Der Ford Mondeo zählt zu den sichersten seiner Klasse. Und was das Erfreulichste ist, Airbags serienmäßig für Fahrer und Beifahrer. Steckt also viel Sicherheit im Mondeo ohne Aufpreis? Das kann man sagen, ja. Ford, die neue Erfahrung. Das kann man sagen, ja.